Servus Freunde, willkommen zurück in der ersten Welt. So. Wir haben hier ganz viele Probleme, Leute. Wie ist ihr das eigentlich? Was ist denn das da? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Natürlich geht das viel auf unseren Heiler los, weil der ja auch mal wieder als erstes irgendwo reingestellt ist. So, das ist ein Baum. Also wir haben da gerade einen Baum getötet. Uh. Langschwert, ein Bänderpanzer. Ja, aber der ist schwächer als das, was ich habe. Also enttäuschend. Ja, ich habe doch irgendwas mit schwere Wunderheiler. Ja. Okay, das, das muss ich für was anderes benutzen. Uh, bin ich doof. Falsche, falsche Figur. Außen, das, äh, Ollenbeereier, genau. Okay, das, äh, war nur eine Abkürzung. So. So. Was passiert, wenn ich jetzt von der anderen Seite aus da reingehe? Ja, dann bin ich wieder in der neuen Ecke. Da. 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 Okay, irgendein Fehler ist da. Stopp, stopp. Okay, das ist... Okay, ich habe hier irgendeinen zeltsamen Fehler. Okay, wir ruhen mal aus. Ah, guck mal, jetzt sind meine Leute auch nicht mehr verrundet. Okay. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wir gehen jetzt mal aus dieser Richtung da rein. Da kommen wir da unten. Da, wo wir gerade waren. Okay, da war ich und dann komme ich ja bei diesem Eulenbär da raus. Ja, genau. Ähm. Äh, toll. Ich bin deine Schilder. Ich bin deine Schilder. Let's head out. Okay, dann bin ich ja bei dieser komischen Blume, die, die einfach nicht stirbt. Alter. Tread lightly. Alter. Die regt mich auf. Was zum, was zum, wieso sind da auf einmal fallen, da waren doch eben keine gewesen. Ich hasse Spinnenschwärmer. Mächtig wütender Ollenbeer, das klingt ja richtig gut. Das sind zwei, oder? Ja, toll. Oh, das ist gut. Oh, ihr geht mir jetzt langsam da oben auf den Sack mit euren komischen Fallen da. We will prevail. Sack hier doch. Hm. Hm. Okay, ich lauf immer noch da durch. Okay. 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 auf anhieb so das ist also diese monster pflanze so das gift die blütenblätter berührt brennen diese mit einem schaler roten leuchten die luft um die blumen herum flackert vor hitze oder übernatürlichen zorn oh gott ah shit hat das kleine kno eine vertraute die leute taucht aus dem nebel auf es Es ist der Gnom, dem du schon einmal begegnet bist. Er geht langsam auf dich zu, bleibt vor der Blume stehen und betrachtet sie angehend. Gut gemacht, Kind. Aber deine Arbeit ist noch nicht getan. Bevor du deines Weges ziehst, eine Frage. Du hast die Geschichte des Eindringlings gesehen. Du sahst sie fallen. Liebe und Stolz haben sie an diesen Punkt geführt. Du folgst demselben Pfad. Auch du trachtest nach der Krone. Warum? Es ist meine Pflicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der Pfad der Pflicht mag geradlinig wirken, doch man kommt nur allzu leicht davon ab. Worte, Worte, Worte können wie Staubkörner sein, die vom Wind aufgewirbelt werden. Ein Hauch von nichts, eine Rauchschwade. Aber zur rechten Zeit am rechten Ort gesprochen, können Worte die Kraft eines Sturms besitzen. Irgendwann, in ferner Zukunft, wirst du dich an diesen Augenblick erinnern. Und an deine Antwort. Toll, also die Blume existiert in zwei Welten. Ich muss sie in beiden Welten zerstören, ansonsten regeneriert sie sich. Und nicht zu vergessen, jetzt ist sie wütend und jetzt sind auch die Monster wütend. Hauptteam. Okay. Okay. Ein Fernkämpfer, ein Heiler. So, ich habe jetzt auf beiden Seiten was. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt schlecht. Okay, ich glaube ich brauche jetzt hier Hilfe. Ich fühle mich. Oh scheiße. Kann ich nicht irgendwie wieder jemanden hier wiederbeleben? Okay. Gut, das Vieh ist langsam. Das ist jetzt mein Vorteil. Oh mein Gott. In Griffweide. Ne, danke. Ja. Okay. 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 alter wir hatten dazu die die Nein! Scheiße. Oh, das regt mich jetzt gerade auf. Ah. So, speichern wir jetzt an der Stelle hier. So. 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 du fragst das viel schön hier ab so 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 Schade. Das Viat-Power, das ist Wahnsinn. So, wiederbeleben. Moment, warte mal. Wiederbeleben muss ich nochmal reinmachen. Das hat es irgendwie gerade nicht so angenommen. Oh. Nein! Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ach so, ich habe meine eigenen Leute gerade verbunden. Super. Hilfe. Ja, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Oh, leck mich. Oh, leck mich. Oh, leck mich. Ah! Ja. Jaa. Gott, das war heftig. Gott, das war heftig. Haben die anderen das jetzt geschafft oder nicht? Warte mal, da speichere ich jetzt auch mal. Automatisch gespeichert, okay. Oh mein Gott. Kampf! Oh mein Gott. 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 So. So. Wir haben es geschafft. Wir haben die Pflanze vernichtet. Meine Fresse, war das ein Ding gewesen, ey. Stufenaufstiegs. So. Unser Kläriger hier. Ei, 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 ei. Ah, das war nur ein kleiner Aufstieg. Was ist das? Oh ja. Ja. Der Weg ist klar. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. dahin hin, wo der einsame Jäger ist, denn dort ist ja auch eine Quest. Und wenn wir uns jetzt eh auf dem Rückweg machen, kann ich die auch gerade mitnehmen. Puh, meine Fresse, war das ein, war das ein Gemetzel, Leute. So. Wir ruhen jetzt mal. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Bis dann. Und tschau. Tschau.